Oh, viel Spaß damit. Ich bin da weg. Ich mach das nicht. Ich hätte dir 3 gegeben. Dankeschön. Das ist so nett von dir. Ja. Ich hätte dir 0 gegeben. Die macht mir Spaß. Danke. Was geht, Leute? Donny hier mit... Katja! Mit Katja. Katja vor dem Spiel mit mir, Abyss und Games. Ich bin da. Ja, ich bin hier. So sieht's aus. Ich bin als erstes bei der Zeit mit mir, ne? Genau, so sieht's aus. Wir waren unten schon Studionachbarn und ich hätte mir gedacht... Aber jetzt, wenn wir hier oben auch Studionachbarn sind und noch nicht zusammen gezockt... Wir haben noch nie zusammen gezockt, ne? Ja, genau. Ja, cool. Zumindest bei Zock mit mir noch nicht. Bei Zock mit mir noch nie. Ja doch, irgendwie... Aber das war halt trotzdem so... Genau. Nicht direkt. Nicht direkt. Nicht nur ich. Nicht nur euch alleine. Deswegen... Jetzt bin ich hier! Ja, siehst du. Und voll cool. Ich freu mich, die zusammenzuzocken. Ich hab schon mal ein Spiel für uns rausgesucht. Und das heißt Rope Survivor. Das heißt irgendwie, wir müssen mit einem Seil... Ich weiß nicht, ob wir das Auto retten müssen oder irgendwas anderes machen müssen. Aha. Aber wir sind erstmal Level 1. Aha. Und ich würde sagen, ich gebe dir den Vortritt. Ui! Danke schön, danke schön. Dann darfst du anfangen. Dann darf ich anfangen. So, mal schauen. Achso. Ah, das macht sehr gut. Es macht sehr gut. Ah, tap to play? Okay. Okay. Ja. Ah, da geht einer, wenn man... Schau mal, da geht einer, wenn man Zehmer schreit. So, man muss... Man muss... Ah, so, man muss... Ah, so, man muss... So ist das. Alles klar. Also Level 1 war eigentlich ziemlich relativ easy. Jetzt kannst du mal mal die machen. Ah, schau mal. Ich hab da oben 100 Meter. Achso, du hast also nur so viel. Aber wofür? Ah, okay, jetzt kann ich... Einfach warum? Und wofür? Von hier? Was macht man da? Aber wofür? Ich hab noch... Ich hab noch mal... 13 Meter. Okay, passt nicht mehr. 13 Meter ist sehr wenig. Naja, sehr wenig. Okay, ich mach Play. Ich probier's jetzt aus. Oh, oh, das hat 1 hätte gerissen. Aber das kann man ja wirklich nicht wirklich gut einschätzen. Nee, gar nicht. Man kann ja wirklich das nicht gut einschätzen, ob das halt hält, ne? Ja, wirklich voll. 100 Meter ist jetzt nicht wirklich viel. Und dann... Oh, das könnte... Obwohl, grad hat's ja auch funktioniert. Aber diesmal, Katja, der Druck ist größer. Das sind zwei... Zwei Figuren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oh! Ah, okay! Vor einem LKW. Hast du gesehen, was das war? Das war irgendwie so betroffen. Warum auf einmal einen LKW? Ja, voll krass, ey. Ja, let's go! Mach du jetzt mal. Okay, Level 4. Oh! Okay, Level 4. Sind das Kinder? Warum haben die so komische Versionen? Was ist das? Wir haben ihre Käse. Ja, warum? Hast du mal ihre Käse? Nein. Nein? Noch nie? Nein. Echt, wieso nicht? Voll cool, mach mal. Ich hätte schon mal einen. Ach so, ich dachte du... Ich dachte du hattest... Nein, hattest du. Oh, und? Juhu! Ach so! Voll cool, das war so ein kleines Intro. Ja, cool. Also man hat jetzt dann, ähm... Mehr. Sie kommen dann mit... Richtig schnell, ne? Die sind ja richtig schnell. Richtig schnell, okay. Also, ich probier's mal so aus. So, okay. Und dann könnte ich jetzt, glaube ich, noch mal das ausprobieren? Ja. Soll ich noch mal kreuz probieren? Reicht das aus? Ja! Ja, das funktioniert! Das soll ich auch funktionieren. Ja, ich glaube, das wird funktionieren. Ja? Ja, super! Richtig gut gemacht! Weißt du, was mit dem Spiel erinnert? An den einen Spider-Man-Film. Wo er da so... Ganz viel macht. Und sich dann so vor dem Zug hängt. Der, äh... Mit Tobey Maguire, ne? Ja, ich kann mich nicht dran mehr erinnern. Was? Das hab ich seit längere Zeit schon geguckt. Und ich kann mich überhaupt nicht an die ersten Teile erinnern. Ah, okay. Ja. Nein, ich kann mich nur dran erinnern, weil ich die vor kurzem erst gesehen habe. Level 5. Ein Boot! Oh, was? Mit einem Boot? Was? Aber da kommt, glaube ich, hm... Ich werde jetzt einfach nur das hier mal machen. Äh... Ja, du hast noch 35 Meter. Ah, oh, das ist... Das ist sehr gut, ja. Vielleicht kannst du es einfach weiterleiten. Also, dass das Boot nach links wegdriftet. Ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Ready. Okay. Mal schauen, ob der Leuchtturm heile bleibt. Ja! Okay, sehr nice. Sehr gut gemacht. Ja, voll cool. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ah, hier sieht man schon. Schau mal, okay. Wir sind jetzt hier im... Schiffsmodus. Ja. Und dann gibt's noch ein Flugzeugmodus. Ach so. Ach so, also es sind mehrere Maps dann, ne? Quasi. Ja, genau. Okay, gut. Dann bin ich mal echt gespannt. Okay. Okay. Was? 100 Meter? Von allen Seiten? Ne, von links, von oben, von rechts. Oh, viel Spaß damit. Ich bin da weg. Ich mach das nicht. Äh, was? Das Beste, das ich das nicht mache. Das mach ich so. Oh, guck mal, das sind Ketten. Hä? Das ist was Neues. Ich glaub, du hast jetzt noch... Mach mal, ich mach jetzt... Okay. Von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob die andere Seite auch... Komm, von oben noch was? Du hast... Ja, ich hab noch was über, ne? Ja. Ich probier's mal aus. Also okay, ich hab noch 10 Meter. Okay, bin fast. Ready. Ich probier's aus mit den... Ja, oh gut, das ist die Sonne noch gemacht. Oh, siehste? Boah, ich wollte unten noch offen lassen. Vielleicht kommt von oben ein stärkeres Boot. Ja, ne? Da ist doch bestimmt gar nix, ne? Genau. Also Leute, wenn ihr das Spiel spielt, dann müsst ihr auf jeden Fall noch achten. Von unten kommt auch ein Boot. Wir haben jetzt wieder einen Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Aber diesmal, glaub ich, nicht so ein Boot, was vielleicht stärker ist. Deswegen, ich guck mal, was ich hier... Meinst du nicht, dass jetzt vielleicht eine Yacht kommt oder so? Ja, genau. Ich würd's auch eher über Kreuz machen. Ja. Oh. Oder vielleicht rennst du noch unten, das letzte. Ah, nochmal, genau da. Okay. Also einen Meter hätten wir noch über, aber... Yo! Gleich ein ganzer Frachter. Oh, gut! 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 Direkt ein ganzer Frachter. Gerade gesagt, vielleicht kommt so ein kleines Boot oder so. Vielleicht so ein bisschen schneller, ne? Ein bisschen schneller kommt das, aber nein, das ist so ein riesen Ding. Und ich hab trotzdem nicht verstanden. Ich würd's sagen, wir schauen, wie weit ihr gleich noch kommt mit dem Flugzeug. Ja? Ich muss ehrlich sagen... Wie? Flugzeugman? Ja, ich mein, du musst ja irgendwie reinfliegen, oder? In die Seine. Oder vielleicht müssen wir es vor dem, äh... Vor dem Start? Donny, ich würd mal einfach nur mal sagen, wir spielen aber nur weiter... Okay, 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 und wir warten einfach... Und wir gestir... Wir machen einfach nur keine Theorien, wir werden es einfach nur mal ausprobieren. Theorien sind doch das Beste, oder nicht? Weil dann weiß man, wie falsch man eigentlich lag. Thema! Ja, aber ich weiß nicht, ob das das Gute ist. Wenn man total falsch ist, dann denkt man so, ich hab's gesagt... Ach so. Dann ist das was anderes. Was? Was ist da dann passiert? Ähm... Oha! Ist das ein Joker? Ja! Ach so, jetzt kommt der Joker quasi auf ihn zu. Ah, okay. Jetzt müssen wir mal gucken... Also nicht wir, sondern du! Du musst mal gucken. Ja, dankeschön. Dankeschön. So, okay. Dann mach ich da nochmal, lieber in Sicherheit. Ja! Auf jeden Fall da noch. Yes! Okay, da ist verbunden. Man könnte... Yes! Yes! Der Joker darf nicht... Nein! Der Joker darf nicht sein. Oh, okay. Oh, ich hab ein Doppelsein gemacht. Ja, ist auch gut, ne? Kannst du machen. Freddy, mach mal! Mach mal! Freddy! Ja, guck mal, das ist halt... Doppel! Oh! Du musst das nicht machen. Oh! Du war richtig schnell! Ey, der kam aber an und geflogen. War richtig klein, aber war richtig schnell, ne? Ja, der... Okay, jetzt ist noch viel zum Flugzeug. Und ich mach das jetzt! Ich bin hier die Erste, die das tun soll. Ja, okay. Du darfst die Flugzeug-Map als Erste spielen. Ja, ich darf das. Ich dachte das. Ich bin jetzt ein bisschen kleinisch. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir hier müssen. Weil wir haben Spaß. Ja, ich wollte nicht gehen. Nein. Ich möchte nicht gehen. Es macht mir Spaß, mit dir zu spielen, Donner. Dankeschön. Ja, vor allem, wenn ich gewinnen kann. Nein. Es gibt hier einen Sieger? Ja, immer. Okay. Ja, okay, stimmt. Bis jetzt ist es aber noch, ähm, noch unentschieden. Oh! Wir haben es jetzt alle gerettet. Äh... Le... Ui... Ich glaube, es bringt eigentlich... Also es ist halt... So bei Kreuz meinst du nicht, dass irgendwas bringt? Nein, bei Kreuz bringt was schon. Ja, stimmt. Aber ich meine so halt, dass es ein Flugzeug ist. Es ist eigentlich relativ egal, ja? Ja, genau. Also ein Flugzeug... Ja, also das ist sicher nichts Faszinierendes. Oh! Wunderschön hab ich's gemacht! Und direkt zurück! Zurück! Ja, zurück mit dem Flugzeug! Ja! Zurück! Okay, ja krass! Aber ich versteh nicht, wieso du nur zwei Sterne bekommen hast. Ja, ich weiß nicht. Hä? Nee, aber ich versteh nicht. Ich hab nie wirklich auf die Sterne geguckt. Ich hätte dir drei gegeben. Dankeschön, das ist so nett von dir. Ja. Ich hätte dir null gegeben. Machen wir Spaß. Danke. So, okay. Oh, du hast ja mehr. Okay, ich könnte jetzt hier... Aber ich glaube, du musst es angucken. Soll ich es auch noch angucken? Soll ich es auch noch angucken? Okay. Mal gucken, was die da haben. Mal gucken, was die da haben. Mal gucken, was die da haben. Werbung, Leute. Ja, aber ich meine... Wir schauen die Werbung für euch, Leute. Damit wir gucken können, was da im Geschenk drin ist für euch, Leute. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Was ist in der Box? Wow! Und jetzt? Neues Schiff? Ja, schön. Aber wir sind jetzt gerade bei Flugzeug. Wofür brauchen wir das? Ja, stimmt. Wofür brauchen wir das jetzt? Keine Ahnung. Einfach mal so hier... Da... 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 Oh, ne, Leute. Ich glaube, es wäre sinnvoller jetzt hier. Dann hat man... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, jetzt hast du es schon. Leider. Jetzt hast du den Salat. Jetzt habe ich den Salat. Und jetzt kann ich aber noch hier vielleicht nochmal Seil machen. Okay. Du hast zwei Meter noch. Ja, ich habe jetzt... Und hier nochmal. Das reicht nicht mehr. Ich hätte es anders gemacht. Aber... Du hast es anders gemacht? Ich hätte vielleicht noch die hier zusammengebunden. Oh, stimmt. 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 Mal schauen. Okay. Aber ich glaube, das funktioniert... Oh, das ist klar. Ach so. Oh, was? Was? Warum direkt einfach alles? Alles. Einfach alles. Was liegt doch mein Boot? Ja, ne, wirklich. Ein Auto, ein Lkw, ein Flugzeug. Alles. Alles klar. Ich glaube... Katja. Ich bin bereit. Du bist bereit. Ich würde sagen... So. Klingt nicht gut. So gut. Und? Das sieht nicht gut aus. Das sieht ein bisschen schwach aus. Also von den Seiten. Das sieht sehr schwach aus. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ich glaube, das wird... Oh, nein! Crash! Crash! Ja, ich glaube... Das Sein ist erledigt. Wir haben kein Sein mehr, Leute. Aber vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal. Vielleicht. Bin ich dabei? Vielleicht. Ich dachte nur so. Bin ich dabei? Nein. Nein. Und Leute. Wir machen weiter. Ohne Katja. Nie wieder bald. Zock mit mir. Nein. Nie wieder nicht. Nie wieder nie. Vielleicht. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Aber vielleicht mit einem riesengroßen Fragezeichen. Aber nur, wenn ihr es wollt, Leute. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Ein Like. Ein Abo. Eine Glocke. Und jetzt rocken. Ding, ding. Von dem Blick so. Wie tut ihr das, Leute? Wie... Wie könnt ihr das aushalten? Keine Ahnung. Das freut mich jedes Mal. Wie guckt ihr das? Wie guckt ihr das? Wie guckt ihr das? Wie tut ihr das? Wie tut ihr das? Nice. Ja, alles klar. Alles klar. Katja, vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne, gerne. Mach ich immer gerne. Das freut mich. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim... Nächsten Mal. Ciao. Ciao. Au tienen Ghon. Auf Wiedersehen.